Hallo liebe YouTuber, willkommen im Frühling. Heute zeige ich dir, wie man einen bunten Tulpenstrauß macht. Dazu habe ich viele schöne bunte Blumen mitgebracht, die ich dir auch im Nachfolgenden zeige und erkläre. Das sind natürlich Tulpen. Tulpen sollte man, wenn man einen Strauß macht, die unteren Blätter abmachen und etwas putzen. Bei einer Tulpe ist es ein Qualitätsmerkmal, wenn der Stiel schön dick ist und die Qualität einer Tulpe bemisst sich an ihrem Gewicht interessanterweise. Das fand ich auch sehr interessant, als ich das gehört habe. Hätte ich nie gedacht. Und ich habe hier schöne weiße Tulpen, gelbe Tulpen, orangene. Ich habe also von allen Farben was dabei. Auch noch ein bisschen rosa, rosa-weiß. Die ist zweifarbig. Dann gibt es nicht nur Tulpen. Es ist immer schön, wenn so ein bisschen Leben und Spielerei im Strauß dazwischen ist. Ich habe des Weiteren auch Margarita mitgebracht. Und so, es muss alles immer ein bisschen geputzt werden, weil die Blätter sollten nicht im Wasser sein. Und beim Tulpenstrauß soll ja eh der Wasserspiegel ein bisschen niedriger sein. Ich habe noch Lysiantus, muss erstmal richtig reden. Auch Eustoma in blau. Ich habe also diese schönen Knospen. Dann, wie gesagt, die Margariten. Und so, dann war ich im Hof unterwegs. Die Natur gibt so viele schöne Sachen. Und wahrscheinlich spazierst du an so vielen tollen Sachen immer an der frischen Luft vorbei. Ohne diese wunderbaren Kostbarkeiten zu erkennen, die man dann für die floristischen Arbeiten nutzen kann. Und was für Spaziergänger oder auch für Hofbesitzer dann wahrscheinlich lästig ist, Das sind diese schönen Birkenstücke. Die kann man einfach für Blumensträuse nehmen und drahten. Ich habe wieder einen grünen Draht, der rostet nicht. Bitte keinen schwarzen, geglühten Draht nehmen, sondern einen grünen Draht. Den Bestell-Link schreibe ich nochmal in die Beschreibung. Einfach so ein bisschen zusammenknollen. So ein kleines, dickes Stück draus machen. Und man kann die auch ein bisschen knicken, die Birke. Es muss also gar nicht so ordentlich sein. Im Gegenteil. Es sind unordentlich und lebendig. Es ist viel, viel schöner für die Sträuse als so steril. Ich drahte diese Stücke an. Das heißt, ich gehe mit dem Draht drum herum. Und mache hier so schöne kleine Puschels. Ja, da habe ich jetzt mal drei Stück gemacht. Birkenblätter, so würde ich natürlich nicht mehr dran machen. Das ist nicht so schön. Ja, die zupfe ich ab, weil die sind ja vertrocknet. Die sind also nicht so toll. Und des Weiteren, ich brauche ein bisschen Grün für dazwischen. Da habe ich Heidelbeere mitgebracht. Heidelbeere ist ein ganz tolles Frühlingsgrün. Und die Heidelbeere sollte man am besten auch noch aufbewahren, auch wenn der Strauß kaputt ist. Weil die trat wunderschön aus und hält total lang. Also bitte nicht mit dem Strauß entsorgen. Und da wachsen sogar in der Wohnung kleine Heidelbeeren dran. Das ist traumhaft. Und das wissen nur die meisten nicht. Also es ist immer sehr, sehr schade, wenn man die einfach dann wegschmeißt mit dem Strauß. Und dann kann man die nächsten Tulpen im Grunde genommen wieder reinbinden. Zur Bindetechnik. Ich mache das einfach mal so locker. Ich binde immer in der Spirale. Das heißt, ich lege jeden Stiel. Ich mache immer die Blätter ab. Ich lege jeden Stiel in die gleiche Richtung an. Man sieht schon hier, die drehen alle in eine Fahrtrichtung. Bei Linkshändern ist die Richtung natürlich andersrum. Weil wir haben auch eine Linkshänderin in Betrieb. Die macht das dann natürlich in die andere Richtung. Aber ich nehme die Blumen immer in die linke Hand. Und lege immer die Stiele von mir weg an den Strauß an. Und dann mische ich ein bisschen einfach von der Technik her. Ich nehme Heidelbeere. Die Heidelbeere, die muss man gar nicht schneiden. Die lässt sich also ganz toll nur brechen. Da braucht man also kein Messer dazu. Und ich mische dann schön ein bisschen Margherite, Eustoma, Tulpen. Das ist jetzt also wirklich so eine schöne. Es soll so ganz, ganz bewusst zufällig aussehen. Die Birke, die verteile ich. Und hier sieht man so schön, wie schön diese Birke hier drin ist. Die eigentlich im Mülleimer landet. Das ist immer jammerschade. Und ich habe jetzt auch viele, diese tollen natürlichen Zweige und Utensilien. Ich bin einfach ein totaler Naturfan. Und ich weiß auch einfach unheimlich viele Dinge zu verwenden. Und an dem Strauß sieht man auch, wie schön diese Mischung ist zwischen kleinen und großen Blüten. Das mache ich ganz bewusst, weil dann ist das so eine natürliche Abwechslung. Man kann auch natürlich nur mit Tulpen, aber ich finde es lebendiger, dass die Eustoma und die Margerite drin sind. Diese schönen Knosten von der Eustoma, die auch in der Hochzeitsfreuristik wunderbar verwendet werden können und sehr, sehr beliebt sind von meinen ganzen Hochzeitspaaren, die ja jetzt auch dann wieder im Frühjahr wieder so langsam, geht die Hochzeitssaison wieder los, die ganzen Besprechungen. Und da wird viel Eustoma verwendet. So, ich habe noch ein Birkenbündelchen. Man sieht, ich habe die zwei hier vorne. Das heißt, ich nehme das letzte Birkenbündelchen, das platziere ich auf die Seite, wo noch keins ist. Also ich gucke das auch immer so ein bisschen an. Manchmal verliert man selber den Überblick. Also bei größeren Sträußen, da gehen wir sogar vor einen Spiegel. Und gucken den Strauß an, weil manchmal sind die Sträuße so groß, dass wir die einfach nicht mehr so im Überblick angucken können. Hier geht das natürlich alles, da ist das überhaupt kein Thema. Und gut ist auch immer, was ich hier so ganz automatisch mache, man dreht den Strauß immer in der Hand. Weil, anlegen kann ich natürlich nur da, wo meine Finger sich öffnen. Das heißt, ich muss den Strauß drehen. Ich nehme die rechte Hand und fasse wieder mit der linken zu. Und drehe den in meiner Hand, um wieder anzulegen. Und gucke mir auch immer ein bisschen an, welche Farbe fehlt auf welcher Seite. Das sieht jetzt so zufällig aus, aber ich mache mir schon immer Gedanken, dass das natürlich auch dann wirklich eine runde Sache ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dass da eine spielerische Abwechslung im Grün ist und in der Blüte. Und bunt wollten wir ja machen. Das heißt, es muss also eine schöne Verteilung sein. Ich mache auch während dem Binden immer noch Blätter ab. Und so, die Knospe will auch mit rein. Ich mache während dem Binden immer noch Blätter ab. Was natürlich, wenn man nicht so geübt ist, dann, ich knicke hier auch nochmal was weg. Wenn man nicht so geübt ist, dann sollte man sich wirklich vor dem Binden alle Grünsorten, alle Blumen ordentlich putzen, auf den Tisch legen. Weiße Blüten am besten noch auf dem Tuch. Die sind sehr, sehr empfindlich. Und man soll das gut vorbereiten, weil dann ist es natürlich ein bisschen schwieriger, die während dem Binden ja noch zu putzen und noch ein bisschen auszuknipsen. Ja, ich finde, das ist jetzt schon sehr schön. Da sind noch viele Knospige Blüten drin. Das heißt, die gehen noch ganz toll auf. Hier habe ich ein sehr schönes Grün mitgebracht. Das ist ein Korallempfang. Und der macht einen schönen Randabschluss von diesem Strauß. Und ich finde es auch bei so einem natürlichen Strauß, da würde ich, also man könnte natürlich theoretisch auch noch Blätter anlegen, Aralienblätter. Aber ich zeige es dir einfach mal. Ja, ich würde es in dem Fall nicht machen, sondern ich mache wirklich diese Lockerheit von diesem Strauß, die behalte ich auch bei, indem ich Salalblätter oder Kirschlabeerblätter nehme. Und einfach nur so einen lockeren Abschluss damit gestalte. Und dann ist diese Natürlichkeit von dem Strauß auch schön unterstrichen. Und mehr braucht der Strauß eigentlich auch nicht. Und wie gesagt, das muss nicht Salal sein. Das ist jetzt das Grün vom Floristen für den Abschluss. Du kannst auch Kirschlabeerblätter aus dem Garten nehmen. Die unteren Blätter immer wegmachen vom Stiel, sodass nur die oberen da sind. Und das ist wichtig, dass man die obere Seite von dem Blatt sieht. Also nicht die Blätter anlegen, dass ich die Rückseite sehe, sondern die obere Seite. Das gilt auch bei Efeublättern, bei vielen anderen Blättern, wollen wir natürlich die schönste Seite sehen. Und nicht die Unterseite, das ist klar. So, jetzt brauche ich noch zwei Blätter. Und dann ist mein Strauß auch schon fertig. Man sieht ja auch von unten, das ist ein sehr lockerer Abschluss. Es ist alles in der Spirale gebunden. Ich schneide den Strauß jetzt nur noch auf eine Länge. Bei Pulten brauche ich das jetzt, brauche ich jetzt nur einfach einen geraden Anschnitt machen. So, ich brauche natürlich wie immer gutes Werkzeug. Ich habe eine sehr gute Gartenschere. Ich habe auch Floristenmesser, um die Stiele anzuschneiden. Und zum Thema Werkzeug habe ich auch ein sehr schönes Video gemacht. Da blende ich dir die Infocard nochmal ein. Und ich binde den Strauß, indem ich mit dem Bindebast zweimal um den Strauß rumgehe. Dann kann ich ihn auch schon auf den Tisch legen, weil ich habe ihn ja schon fixiert. Ich ziehe auch richtig fest mal. Und ich mache nicht nur eine Schlaufe, sondern ich gehe mit den Fingern nochmal rum, also zweimal. Und dann löst sich der, wenn ich ziehe, dann löst sich der Baste nicht. Also dann lockert es nicht. Und dann ist nicht wie sonst, dass man den Finger drauflegen muss, wenn man einen Knoten macht. Sondern ich kann ganz gemütlich den Knoten selber machen und kann einfach nochmal dran ziehen. So, fertig ist mein Tumpenstrauß. Es sollte eine Vase sein, die natürlich auch genügend Platz für diese Stiele alle bietet. Und da habe ich auch schon eine vorbereitet, mit der der Strauß wunderschön im Wasser steht. Ach, perfekte Länge. Das ist ein gutes Augenmaß. Ja.